Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 2390. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich mache mir ausführliche Notizen, damit ich die wichtigen Dinge nicht vergesse. Ich mache mir ausführliche Notizen, damit ich die wichtigen Dinge nicht vergesse. Ich werde ganz verlegen, wenn du mir so viele schöne Dinge sagst. Wie lange muss ich hier noch warten? Wann bin ich an der Reihe? Wie lange muss ich hier noch warten? Wann bin ich an der Reihe? Wie lange muss ich hier noch warten? Wann bin ich an der Reihe? Das Sparschwein soll dir helfen, nicht immer sofort alles Geld auf einmal auszugeben. Unsere Bestellungen sind eingetroffen. Wir werden gleich alles auspacken. Unsere Bestellungen sind eingetroffen. Wir werden gleich alles auspacken. Alice ist so stur. Sie hält alle meine Argumente für weit hergeholt. Alice ist so stur. Sie hält alle meine Argumente für weit hergeholt. Ich bin enttäuscht. Das bestellte Produkt ist während des Transports zerbrochen. Ich muss es zurücksenden. Musik ist mein Leben. Ich singe schon seit vielen Jahren. Musik ist mein Leben. Musik ist mein Leben. Ich singe schon seit vielen Jahren. Ich habe es im Lehrbuch gelesen, aber ich verstehe es nicht. Wer kann mir helfen? Ich habe es im Lehrbuch gelesen, aber ich verstehe es nicht. Wer kann mir helfen? Ich habe es im Lehrbuch gelesen, aber ich verstehe es nicht. Wer kann mir helfen? Schau genau hin. In diesem Satz ist ein Fehler. Weißt du, wie man das Wort richtig schreibt? Schau genau hin. In diesem Satz ist ein Fehler. Weißt du, wie man das Wort richtig schreibt? Schau genau hin. In diesem Satz ist ein Fehler. Weißt du, wie man das Wort richtig schreibt? Jetzt kommen einige Wiederholungen. Dieser Absatz wurde hinzugefügt. Bist du damit einverstanden oder sollte noch etwas geändert werden? Der Saft ist heute viel teurer als gestern. Wie kann das sein? Der Saft ist heute viel teurer als gestern. Wie kann das sein? Der Saft ist heute viel teurer als gestern. Wie kann das sein? Ich schmücke mich gerne außergewöhnlich, um meinem Freund zu gefallen. Letztes Jahr war ich im Urlaub in Afrika. Letztes Jahr war ich im Urlaub in Afrika. Letztes Jahr war ich im Urlaub in Afrika. Ich war auch schon auf anderen Kontinenten. Warum sitzt du so spät abends noch am Laptop? Warum bist du so unzuverlässig? Du kannst Wassermelonen so essen, wie sie sind, oder ein leckeres Getränk daraus machen. Du kannst Wassermelonen so essen, wie sie sind, oder ein leckeres Getränk daraus machen. Du kannst Wassermelonen so essen, wie sie sind, oder ein leckeres Getränk daraus machen. Was willst du noch von mir? Ich habe keine Lust auf Dauerstress. Hör auf zu jammern! Was willst du noch von mir? Ich habe keine Lust auf Dauerstress. Hör auf zu jammern! Was willst du noch von mir? Ich habe keine Lust auf Dauerstress. Hör auf zu jammern! Meine Sehstärke hat sich geändert. Deshalb brauche ich eine neue Brille. Meine Sehstärke hat sich geändert. Deshalb brauche ich eine neue Brille. Meine Sehstärke hat sich geändert. Deshalb brauche ich eine neue Brille. Was hast du mir Schönes mitgebracht? Werde ich mich darüber freuen? Ich habe online eine neue Computermaus gekauft. Die Bezahlung hat funktioniert. Ich habe online eine neue Computermaus gekauft. Die Bezahlung hat funktioniert. Obwohl wir ein automatisches Bewässerungssystem haben, gieße ich manche Pflanzen auch mit der Gießkanne. Obwohl wir ein automatisches Bewässerungssystem haben, gieße ich manche Pflanzen auch mit der Gießkanne. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich habe um die administrativiert. Ich kann das auf jeden Fall hinbekommen. Du kannst das jetzt auf jeden Fall haben. Die Bezahlung hat mich überwinden. Ich kann das jetzt nicht abschließen, wie lege ich dich damit kompetentieren. Aber ich kann das einfachen Abwinden das nicht. Wenn ich mich sicher nicht mehr so gut verasisen, das nicht zu viel gehen aber auch auf jeden Fall geht. Ich kann das nicht zu sehen. Ich kann das nicht mehr so gut gehen. Vielen Dank.